Musik 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 Was bedeuteten die Flagge bei den Eilen von den Gegnern? Was? Musik Bei dem einzelnen Gegner wird mir eine Flagge angezeigt Das ist nur bei dem einen Ach so Bewegung Da bist du Musik Ach das fühlt sich nicht mit meiner Karte Musik 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 Kranz getroffen. Der Turm dreht sich nur noch langsam. Warum schießt du nicht auf ihn? Ich hab geschossen. Warum triffst du nicht? Der ging voll durch die Panzerung. Ja, einen hast gekillt. Ja. Ich hab schon ewig nicht mehr gespielt. Ja, da wirds Zeit. Ja. Kommt du mir nur erst nach Hause, Mädchen. Nächte Woche. Hoffentlich. Ja. 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 Welche Panzer hattest du noch in der Garage? Ähm, da hab ich den Leopard, den Hetzer, den Churchill, den Panzer 34, Hummel und M37. Nehm mal den Hetzer. Ja. Okay. 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 Das ist eine gute Idee. Ja. Befehlung! 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 Befehl! Das Feuer ging voll durch Ihre Panzerung! Wirkungstreffer! Wir haben Sie nicht mal angekratzt! Kommandant verwundet! Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet! Wir haben Sie nicht mal angekratzt! Gegenüber sch basiert über Ihr werdet! Wirkungstreffer! Werником Gerüter! Wwwisiere Đây 크 uncool! Wirkungstreffer! Wir haben sie. Das muss wehtun. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Gehto. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ich bin echt auf der Übung. Ja, ja, ja. 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 Ja. Ja, ja. 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 Ja, ja. 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 das mal mit der erfahrung vom fahrzeug aber nicht mehr mit der freien egal welches oder fahrzeugerfahrung reicht aber nur für zwei das ist beim nächsten mal fertig wir haben noch ein paar gefechte wir drehen noch ein paar runden ok ich ich Vor dir links ist eine Barrikade, da fährst du mal hin. Okay. Fährst ein Stück zurück, noch weiter, noch weiter, noch weiter, noch weiter, noch weiter, noch weiter. So, jetzt dürftest du über die ganze Barrikade schießen können. Okay. 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 Kälte wurde getroffen, sich an jedem Zeitpunkt erledigt, raus hier! Über das offene Feld, die schaffen es nicht innen auszuschalten. Ist auch schwer. Was ist das? Ich kann mich nicht innen. Ich kann mich nicht innen. Ich kann mich nicht innen. Welche Waffe hast du da drauf? Die bessere Okay Ich habe von allem das Hörer drauf gemacht Das ist die Waffe, die direkt nach dem Turm kommt Du schaust nach dem Gefecht nach Ich mache kurz einen Kaffee Ich habe die Spiel印象 Und hier ist die Le Besuch Und hier ist die Le Besuch Und hier ist die Le Besuch Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Munition nachfüllen. Hab ich erledigt. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Warum kommen wir die ganze Zeit gegen zwei? Wir machen nur ein Level höher. Ach. Okay. 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 Was ist das? 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 hinter dir? Was ist das? 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 Was? Was ist das? 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 Was? Was ist das? 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.